Oh, oh, es wird Zeit. Ihr solltet schon mal abschalten. Ihr könnt ruhig schon mal abschalten. Ja, ihr könnt ja nicht mit trinken. Also ihr könntet schon mal abschalten. Ihr wisst doch schon alles, nicht? Also abschalten, genau. Ihr schaltet jetzt besser ab. Das spart auch eine Menge Kohle. Dann haben wir, nutzt den Tag. Also nutzt ihn und schaltet ab. Salbe. Und ihr, ihr schaltet jetzt besser ab. Abschalten. Ihr solltet ja immer noch da abschalten. Abschalten, genau. Abschalten. Ihr könntet also jetzt genauso gut abschalten. Also ausschalten. Ihr könntet langsam ausschalten. Aber vorher abschalten, nicht? Ja, nur aber abschalten, nicht? Und ihr habt, abschalten, nicht? Ihr geht jetzt besser auch. Ich meine, ihr schaltet jetzt besser ab. Abschalten. 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 Oder abschalten. Was denn? Abschalten. Aber. Abschalten, ja. Ja, also, versucht es doch auch mal. Es ist ganz einfach. Aber vorher abschalten, natürlich. Abschalten. Abschalten. Jetzt seid ihr immer noch da. Abschalten. Kommt nichts mehr. Tschüss. Pusteblume. Pusteblume. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020